Ja, jetzt wissen wir, dass da drinnen so ein kleiner Möchtegern-Schwert, Heini. So ein kleiner Möchtegern-One-Piece-Zorro ist... Sorry. Sorry. Tut mir sorry. Wo ist er denn? Äh... Ach, hier, ich seh ihn. Ah. Hm. Hm. So. Gleich mal durchbombardiert. Ich geh grad voll Hunger. Ja. Schokolade da. Oh, die Bärenschlangen. Hm. Was denn, voll die... Headshots. Kettenserie. Ja. Ja, das ist die Pistole high. Ja, ich wollte den ausschalten und... Nein! Er hat mich überfahren. Er hat mich überfahren, Alter, ich bin down. Ähm, ähm, ähm. Geil. Ich mach das hier schön elegant und du BAM in die Fresse. Oh, wenn ich schon ein BAN, ne. Diesmal nicht mit mir. Diesmal nicht. Ich würde da gerne auch nicht einfach hinsteigen Na, kann ich rein? Ah nein Kann man da eigentlich reinspringen? Ich bin übrigens wieder da, ne? Ich überfahren Ja, so Geil, gut Kontrollpunkt abgeschlossen Bisschen anders aus Man erkennt es wieder Ich weiß vor allem nicht, was das Ding sein soll Tja, ich weiß halt nicht so richtig, was ich jetzt gegen die machen soll Ah Einen hat es umgekippt Nö Willst du den nehmen? Den umgekippten? Den umgekippten? Ja, kannst du ja nehmen Tadam Tadam Was? Geschützt? Moment, mich nicht alles täuscht So, so Ist er weg? Ja Beide weg Weide weg Äh, Raketenwerfer brauchst du den wieder? Ja, kann ich mir holen, ja Bei mir und hier Ah, was ist denn? Antrollpunkt abgeschlossen Ich häng fest Ah, nein Scheiße, ich häng fest, aah Ich höre aus deinem Headset Schießgeräusche Oh Mal überfärdern einfach mal Eiskalt Bist du da noch? So Ne, ne, ich bin hier hinten Äh, sag mir nochmal wo das Äh, wieder zurückfahren Also hier Genau Weiterfahren Bist du das? Ne, ne? Ne, ne Ich bin wieder, also ich bin immer noch dort am Anfang Ja, hier ist noch einer Das sind noch zwei Anpassen Zwei Zyloten Oder Zykloten Hä, woher siehst du das? Ich bin ja am Anfang Ich tu dich mit meiner Pistole so gut wie es geht Unterstützen halt So Da Ich sehe alles Hallo Haha So, komm schon mal Komm schon, komm schon Oh, jetzt versteck dich doch nicht da hinten, du Hey, brav, komm raus Oh, Alter Ja, jetzt haben wir noch Endlich Oh, ebenso Ja Vorsicht Ach, mehr, mehr ist weg Also, genau hier hinten ist der Geradeaus, geradeaus Steck mal aus, bevor ich dich hier noch über den Haufen hole Ja Hier ist er Okay Gut Kannst ja mal versuchen reinzusteigen und Ähh Dort reinzufahren Warte mal, ich guck mal, ob es hier unten Gab es irgendwas Ich weiß bloß nicht, ob das Munition war, ob das mehr Schild war, oder Oh Kann das sein Gibt's ja Uah Da war ich im Weg Oh, Pio Macht nix Ah, ah Ich fahr da einfach mal hier oben Sieht so aus, als gäbe es hier doch nix Oder du hast es vorhin schon irgendwie eingesammelt Hm Ich glaub nicht, ich glaub da war nix Das war mein Laptop ab Okay Hallo, geht's hier rein? Bestimmt Halo? Ja, Halo geht dort rein Ja Halo geht überall rein Wir sind auf Halo Hm Ey, was du willst? Ja Ah So Was du? Was soll das kaputzen? Ach, die Schild kommen ja wieder Ja, wüsst ich So Warte mal, komm wieder rein Ah Pass auf, du Warte mal, ich geh vielleicht voran Weil wenn du Wenn du mich beamst und ich vor dich gebeamt werde Wohl da kann es sein, dass du Ah, du kommst ja raus Ich steck nochmal ein Äh, jetzt bin ich hin Ja Das wird irgendwie nix Doch, das muss irgendwie gehen Naja, entweder du gehst mal davor und bleibst mal da stehen Dass es mich nicht immer zurückbiegt Was tun jetzt? Jetzt fahr ich mal Äh, jetzt kannst du einsteigen Ja Stell mir grad die Gesichter vor, wenn du möglichst Wenn es wirklich solche Denten gibt Der Master Chief stellt sich so völlig bescheuert an Ja Ich hab ihn Ergh, du hast du nicht geguckt Hier, Feinde. Hier, Feinde. Sonst habe ich die Sicht mit so einem Ding recht eingeschränkt, um zu sagen. Kamera-Flur vielleicht, wenn du sagst. Da bleib ich mich hier durch. Weswegen lieben mich die Leute so? Ja. Super schlimm. Hast du gerade noch ein bisschen geschossen? Keine Ahnung. Alles was sich bewegt. Hey. Ich sehe nichts. Ich glaube, das haben wir getlaert. Was ist denn nur mit dir los, Alter? Das sieht doch hier aus, oder was? Das kann sein. Hey, das sieht so patschig aus, Alter. Das sieht extrem patschig aus. Ich komme ja auch nicht mehr rein. Ich sehe hier gerade so ein bisschen die Level-Struktur. Geil. Probier mal. Geh mal da rein. Hey, warte mal. Moment. Geil. Wie lange habe ich das jetzt in der alten Grafik gespielt? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Geh doch wenigstens mal einen Schritt vor, dass ich... Ja, weißt du auch. Hey, bist du vor mir, oder? Ich bin vor dir. Das sieht so scheiße aus. Das sieht vor allem im Twitch-Stream und in der Aufnahme von mir total scheiße aus. Weil ja die ganzen Level-Begrenzungen sichtbar sind. Oh, was ist denn? Ich bin echt dabei. Bisschen. Ups. Entschuldigung. So, jetzt bin ich gespannt, was das mit dem Fahrstuhl wird. Kost ihr da ran? Ah, ich bin da drin. Oh, warte mal. Warte mal. Mal nicht bewegen. Ich versuche nämlich gerade meine Sachen wieder einzusammeln. So, ich glaube ich sterbe hier in dem Fahrstuhl noch mehrmals. Und da ist er weg. Ja, damit ist es schade, da ist auch mein Raketenwerfer weg. Ja, wir können wieder runterfahren, glaube ich. So schlimm ist es nicht. Gut, alles gut. Ja, jetzt liegt er ganz da unten, da kommen wir ja auch nicht mehr hin. Oh, hallo. Ja, hallo. Ja. Das ist schon ein ziemlich langes Level. Ja, Kontrollpunkt abgeschlossen. Ist der wieder hier? Oder gibt es hier den Schädel? Das sieht genauso aus. Oh, das sieht genauso aus. Ah, ja, 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 ich auch gleich. Ich glaube im ersten gab es die. Also das war auch, das erste war auch, äh... Ja, das ist angezeigt hier. Das wurde vorher angezeigt. Also als erstes, als erster Schädel in dem Level. Ich denke schon, dass das das erste war. Ja, ich glaube hier gibt es den nicht, weil an der Seite geht es hier nicht hoch. So, jetzt. Ich glaube ich muss mal meine... ...mein Saug ein bisschen leiser machen. ...mein Saug ein bisschen. Oh, Rumshammer und gerade ich da zu ihm. Ich bin tot. Oh, gut. Oh. Oh, jetzt bin ich wieder da. Jetzt könnt ihr wieder wie meine volle Power sehen. Ich weiß nicht, habt ihr nur darauf gewartet. jetzt geht es hier raus ja das ist das ist nicht hier ah ja und ich glaube ach so ne doch nicht hier ist wieder da wollen wir doch ein bisschen ruhig vorgehen ja gibt es sicherlich auch wieder unsichtbar oder sowas ja da hat es alles zerlegt ja ich weiß ja nicht kann aber entgegen also muss man aufpassen ich glaube auf der anderen seite könnten könnte es sein ist den hunter da also ich habe keine munition ist denn wieso werde ich denn wieder gespawnt mit keiner munition das spiel jetzt im legendären der tour united wo das ist nämlich ohne munition ohne munition hello durchspielen theoretisch war es übrigens bei red deal 1 möglich soweit ich mich erinnern könnte dieses gesamte spiel ist offen entgegen weiß ich nicht ob es bei dem auch gegen aber das gesamte spiel durch zu spielen ohne jemanden zu töten echt ja ja weil man hat man hatte ja das so schwertkämpfe und dann hat und dann hatte man aber ja auch noch pistolen und sowas so hier ist nun sichtbar nun sichtbar und jetzt bin ich tot genau und habe mich sicherlich auch gleich jetzt bin ich 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 jetzt bin ich